Du siehst ganz knapp beim Tor, gell? Und jetzt ist der Luftstand enorm. Geht ein bisschen hinten hinein, hätte sich fast schon wieder gefangen gehabt. Probleme sind allerdings bei der Landung entstanden, verschneit sich dann und... Popko war das fünfte im ersten Training gewesen, das hat ja wahrscheinlich Mut gegeben, das vielleicht noch ein bisschen couragierter anzugehen. Hat keine Weltkampagne.